Soll ich den Schroi einholen, Molle? Was ist denn mit dir? Moller kann los! Du musst dich doch mal 90 Grad drehen, dann geht's! Guck auf die Finger! Einfach wieder hin mit besten Zeiten! Nein! Also, wer liebt es denn hier? Der guckt ja auch gegen die Sonne, der drunter hier! Die Kürze sind ja krank! Fass nicht! Fass das selber! Ich mach's heute! Ey, jetzt ist was vor! Ich mach's heute! Hey, jetzt bin ich größer! Hey, der hat jetzt noch rumgemacht! Wir gehen gleich rein! Ja, oh! Das ist mit der linken Gehirne gesenkt! Da hinten lehnt! Ja! Ich hab's nur gebaut! Also, ich mach's nicht versucht... Ich mach's nicht jung mit dem 140 Grad... Das erste Mal! És doch hart! Das ist doch schön! HAPPEN. HAPPEN! 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 Weil ich hier nochmal so besser da bist! Das war's.